Moin Leute, was geht ab? Wir machen heute das erste Sticker-Album-Update von Harry Potter. Und dafür haben wir diese Karten, diesen Stapel hier. Ich hab mal eine Frage an euch. Soll ich in einem Short-Video auf meinem Nice Acosta Shorts-Kanal ein Video rausbringen, welche Karten ich schon habe. Nicht Sticker, sondern Karten. Also ich würde sagen, wir kleben die drei schon mal ein. Hier rein. Hier rein. Jetzt haben wir das eingeklebt. Hier. Ich cutte euch einfach immer die, wenn ich einklebe. Okay? So, jetzt machen wir mit der weiter. Die Nummer 7. So wie gesagt, ich cutte die und zeige es euch dann. So, ich hab die jetzt eingeklebt. Und die ist hier oben. Das ist es auf jeden Fall. Jetzt machen wir mit der Slytherin weiter. So, kurzer Cut. So, jetzt hab ich die eingeklebt. Die hier hab ich halt so eingeklebt. Das Video wird auch langer alt sein, also guckt es euch am besten nicht an. Was machen wir mit dieser Karte? Mhm, 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 mhm. Ja, ja, ja. Weiter geht's. Jetzt hab ich die Karte hier unten eingeklebt. Die da. Ja. Weiter geht's. So, jetzt machen wir diese Halbkarte rein. Das ist die Nummer 6. Rang, denk. Ja. Das gleich. So, jetzt hab ich das hier eingeklebt. Ja, ungefähr. Und jetzt geht's weiter mit der Karte. Jetzt hab ich die hier oben eingeklebt. Ja. Und jetzt geht's mit der hier weiter. So. So. Die hab ich jetzt schon mal eingeklebt. Jetzt kommt auch diese hier. Die 48. Ja. So sieht die jetzt aus. Hier und da. Die 2. Und weiter geht's. Was stimmt denn? Egal. Weiter geht's. Mit dieser Karte. Die Nummer 53. Ja. Jetzt hab ich das hier eingeklebt. Die Karte hier unten. Äh. Doch, die war's. Genau. Und jetzt geht's weiter. Mit dieser Karte. Die Klebscher Fernkarte. So, jetzt hab ich auch noch diese hier eingeklebt. Da unten. Hier gibt's. So, weiter geht's. So, weiter geht's mit dem hier. Direkt daneben. Cut. So, jetzt hab ich auch noch den eingeklebt. Müsst ihr halt anders rumsehen, ja? Ähm, jetzt kommt das. Die 62. So, jetzt hab ich noch die hier oben eingeklebt. So, jetzt tun wir hier Professor Quiru machen. Jetzt kann ich euch gleich vergessen, dass es easy anzukleben ist. So, dann malen wir das mal schnell. Verdammt. Verklebt. Doch, Cut. So, jetzt hab ich das hier auch noch eingeklebt. Professor Klögel. Jetzt kommt Professor Lupin. Jetzt hab ich das auch noch eingeklebt. Nächste Karte ist Professor Flitwick. Jetzt hab ich noch Professor Flitwick gemacht, hier. Und jetzt kommt noch hier. Ähm, keine Ahnung, das sag ich ja immer so. Ja, da steht's wohl an der Hutsch. Hallo, Miss Hutsch ist jetzt anschauend. Jetzt hab ich auch noch das eingeklebt. Ja. Und jetzt kleben wir das hier noch ein. Franz Mutter. Jetzt haben wir noch das noch eingeklebt. Und jetzt werden wir die 104 eingeklebt. So ein Doppelsticker wieder. Ähm, und das nämlich hier. Oben. Wo war? Eingeklebt. Schieß es komisch aus. Es sieht so aus, als ob ich über dem Rand gemacht hab. Aber das muss so, ja. Das muss wirklich so. Weiter geht's. Mit dieser Karte. Dieser Karte. Jetzt ist es das. Warte. Warte. Hier. Ja. Das ist es. Jetzt kommt noch eine Karte davon. Ne, klebe ich jetzt schon ein. Ah, das ist so eine kleine Karte. Kleine. Ne, klebe ich jetzt schon ein. Ah. Ne. Ne. Hier ist sie jetzt eingeklebt. Jetzt geht's weiter. Mit dieser Karte. Und das weiß ich wirklich nicht mehr. Also. Wer ist das? Ich weiß es ehrlich nicht. Also es ist. Äh, es sieht aus. Hier ist so eine kleine Karte. Wieder so eine. Wir kommen hier hin. Oh, ihr wartet. So. Haben wir auch reingeklebt. Hier. Hier oben. Jetzt kommt noch. die 132. Die kommt auf die Seite Folge den Springen. Jetzt kommt diese Karte, die 136. Wenn ihr wollt, dass ich Fußballsticker eingeben soll, schreibt es in die Kommentare oder liked einfach, das hilft auch. So, und jetzt das auf der anderen Seite. Die Kammer des Schreckens. Jetzt habe ich auch noch die Genie reingeklebt hier. Jetzt kommt noch 133. Das ist egal, das Auto halt. Das wurde jetzt hier eingeklebt. Jetzt kommt das hier. Ich glaube, das ist Tom Riddle, denke ich mal. Ja, das ist Tom Riddle. In der Vergangenheit als Voldemort. Und jetzt noch das. Das ist die 150 Geister und Gründer. Die 150 ist wieder so ein kleiner Sticker. Mit der Frau. So, die habe ich jetzt auch eingeklebt. Hier unten. Die 152. Der Geist. So. Der Geist ist auch drin. Jetzt noch 156. kommt hier rein. Jetzt kommt noch die 163. Mit diesem Pferdemensch. Zentaurum. Genau. Das steht ja. Jetzt kommt noch die 163. Mit diesem Pferdemensch. Zentaurum. Genau. Das steht ja. Jetzt noch mal die 163. Mit diesem Pferdemensch. Jetzt noch mal die Spinne. Jetzt ist auch wieder so Doppelbild. Das ist so ein Green. Woch. Geschafft. Einmal das. Jetzt kommt Gryffindor. Das zeichnet die 178. Wieder so ein kleiner Sticker natürlich. Kommt hier auch schnell rein. Hier oben. Jetzt noch die 181. Ja. Und. Jetzt noch die 181. Ja. Und. auf der Seite. Jetzt noch die 181. Ja. Und da geht es. Mit der 183. Ich glaube es wird eine XXL vollgeholt. Die 183 ist auf der Seite. Mit der Geschichte. 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 Die kommt hier hin. Das ist die Frau Putsch. Jetzt nochmal das, 189 Hufflepuff Gewinner, glaube ich, von den Quidditch-Spielen im dritten Jahr, so, die sind jetzt auch eingeklebt, 196 mit Malfoy gegen Harry Potter in Quidditch, auch eingeklebt, jetzt kommt noch mal diese Schneeballschlacht, 203, 203, ja so ein Doppelbüß, und das kommt so hin, das kommt jetzt so hin, das kommt so hin, so, Dega. Und ich habe auch noch die andere Reste. Chili. Diese Sticker sind ja wirklich kacke gemacht, von wem sind die überhaupt? Von Lego. Das weiß ich gar nicht mehr. Oder? Die sind doch... Ne, von Blue Ocean. Kennt auch kein Mensch. Hier auf jeden Fall. Jetzt kommen die 209. Mit dem... Onkel oder... Ja, ich glaube Onkel von Harry... Pate von Harry Potter. Hier ist es zu sehen. Jetzt noch das. 213. Wo sie diesen Phönix oder was das ist recken wollen. Hippograif. Hier ist es auch. Dann noch das. Dann 24. Einer der letzten. Beiden. Und 225 habe ich auch noch. Ha. Die letzte Kase. Dafür ein Like. Und ein Abo da lassen. So. Die habe ich auch noch mal angeklebt. Das war es mit dem Video. Ciao Leute. Ich hoffe euch hat es gefallen. Wenn euch das nicht gefallen hat. Keine Ahnung. Ähm. Was ich auch verstehen kann. Ähm. Das ist ein Like und ein Abo da. Wie gesagt. Ciao. Ciao. Ciao.